Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für das Überraumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um Schwerelosigkeit. Viel Spaß! Total einfache Frage. Warum sind Astronauten im Weltraum schwerelos? Naja, wenn sie schwerelos sind, gibt es keine Schwerkraft, oder? Ja, diese Antwortmöglichkeit habe ich euch auf YouTube und Twitter gegeben und etwa ein Drittel der Abstimmenden glaubt, das wäre die Ursache. Das ist aber leider falsch. Was Schwerelosigkeit ist, wie man sie herstellen kann und meine peinliche Annahme zur Schwerelosigkeit, die ich noch niemandem erzählt habe, das alles verrate ich dir heute in dieser Episode von Senkrechtstarter. Wie immer bei mir findest du Quellen in den eckigen Klammern, wenn du weiter ins Thema einsteigen möchtest. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und kein Video mehr über Raumfahrt verpassen möchtest, genau, abonnier gerne meinen Kanal, denn hier gibt es ja jede Woche neue Videos über Raumfahrt, dazu spannende Talks und Raketenstart-Livestreams. Aber jetzt zum Thema der heutigen Folge, Schwerelosigkeit. Erstmal könnte man ja allein durch das Wort schwerelos vermuten, dass sie durch eine Abwesenheit von Schwerkraft zustande kommt. Und genau das habe ich euch ja als Antwortmöglichkeit vorgeschlagen, was ja leider falsch ist. Dazu vielleicht ein kurzes Experiment für zu Hause. Ihr seht hier drei Ringmagneten, die sich frei auf diesem Stab bewegen können. Und die sind so stark, dass ihre Abstoßung ausreicht, sie in der Schwebe zu halten. Jetzt schaut mal, was passiert, wenn ich den Stab fallen lasse. Beobachtung, sobald ich den Stab loslasse, entfernen sich die Magneten maximal möglich voneinander. Vermutung, nur weil ich den Stab loslasse, schalte ich ja nicht die Schwerkraft aus. Dass der Stab mit den Magneten zur Erde fallen möchte, das ist ja ganz nach Newtons Apfel ein Indiz dafür, dass es Schwerkraft gibt. Warum sollte der Stab samt Magneten sonst fallen? Aber warum bewegen sich die Magneten dann auseinander? Erklärung, während der Stab noch gehalten wird, sorgt die Gewichtskraft dafür, dass die Ringmagneten eng zusammengedrückt werden. Sobald ich aber den Stab fallen lasse, ist unser Versuchsaufbau kurz schwerelos. Und so ist die bestimmende Kraft auf die drei Magneten die abstoßende Wirkung ihrer Magnetfelder. Also scheint Schwerelosigkeit auch unter dem Einfluss von Schwerkraft hier auf der Erde herstellbar zu sein. Den von euch, die Antwortmöglichkeit Nummer 2 gewählt haben, keine Atmosphäre, wird vielleicht schon nach diesem Experiment dämmern, dass Schwerelosigkeit auch nichts mit Luftdruck oder Vakuum zu tun hat. Und hier zu meiner vermutlich größten Fehlannahme hinsichtlich Schwerelosigkeit. Schon als kleiner Junge war ich unglaublich Raumfahrt begeistert. Und wenn man sich für Raumfahrt interessiert, ist man natürlich auch davon fasziniert, wie Astronauten in der Schwerelosigkeit schweben können. Was macht für einen kleinen jungen Weltraum aus? Weltraum, da müssen die Astronauten einen Raumanzug tragen, weil es keine Luft gibt. Im Weltraum, da schließe ich ein Vakuum. Als kleiner Junge war für mich ganz klar, Schwerelosigkeit muss mit dem Vakuum des Weltraums zu tun haben. Um dann meine ganz eigene Schwerelosigkeit herzustellen, habe ich dann versucht, einen Wandschrank mit Folie und Klebeband luftig zu machen und mit einer Fahrradpumpe die Luft aus meiner Vakuumkammer herauszupumpen. Meine Mama bekommt jetzt vermutlich einen riesen Schock, wenn sie das heute hört. Aber da handwerklich nicht besonders sauber ausgeführt, ist damals nichts weiter passiert. Trotzdem, die Atemluft aus dem Raum, in dem du dich befindest, zu entfernen oder mit einer Plastiktüte den Weg für frischen Sauerstoff zu verspachen, ist eine ganz dumme Idee. Also bitte nicht nachmachen. Auch nicht mit einem Gartenschlauch als Mundstück, wie ich es damals versucht habe. Kleiner Spoiler für heute, mit der fehlenden Atmosphäre hat Schwerelosigkeit also auch nichts zu tun. Womit die Atmosphäre aber tatsächlich was zu tun hat, ist, wie schnell Dinge zu Boden fallen. Das hat Commander David Scott von Apollo 15 hier eindrücklich auf den Mond ohne Atmosphäre mit einer Feder und einem Hammer bewiesen. Obwohl so unterschiedlich, fallen Hammer und Feder auf den Mond exakt gleich schnell. Wenn wir den Einfluss von einer Atmosphäre eliminieren, ist die Fallbeschleunigung nur abhängig von der Schwerkraft. Das wird später nochmal wichtig, also aufgepasst. Zurück zur Schwerelosigkeit. Warum eigentlich schwerelos? Wie messe ich, ob ich zu schwer bin? Genau, mit einer Waage. Eine Waage ist ein Messinstrument zum Bestimmen der Gewichtskraft auf der Erde. Und weil wir die Erdanziehungskraft hinreichend genau kennen, können wir mit der Waage auf der Erde die Masse eines Körpers bestimmen. Typische Fangfrage des Physiklehrers, was wiegt mehr? Ein 1 kg schwerer Hammer oder 1 kg Federn? 1 kg Federn wiegt natürlich genauso viel wie der 1 kg schwere Hammer. Wir sollten uns merken, während unser Gewicht von Himmelskörper zu Himmelskörper variieren kann, ist unsere Masse konstant. Also wenn du ein Problem mit dem angezeigten Wert auf deiner Waage im Bad hast, zum Mond oder zum Mars fliegen, dort wird es besser. Und tatsächlich, wenn ich mich auf der ISS auf eine Waage stelle, zeigt die dort an, dass ich nichts wiege. Ich fühle mich also tatsächlich nicht schwer. Also lassen wir den Begriff Schwerelosigkeit mal durchgehen. Obwohl er bestimmt mitverantwortlich ist für die vielen Falschvorstellungen von Mikrogravitation. Ich fühle mich zwar schwerelos, aber dass sich unsere Masse im Weltraum wohl nicht groß ändert, nur weil ich 400-500 km vom Erdboden entfernt bin, sollte einleuchten. Es sei denn natürlich, dass man durch das Gefühl der Schwerelosigkeit einen Teil seines Mageninhalts von sich gibt und so deine Masse dann doch signifikant abnimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Für die Abgabe von Mageninhalt muss man sich übrigens nicht schämen. Zwei Drittel der Menschen, die Schwerelosigkeit erfahren, leiden an der sogenannten Raumkrankheit. Zu der Sache mit der Entfernung. Tatsächlich nimmt die Gravitation mit der Entfernung zu der für die Gravitation verantwortliche Masse quadratisch ab. Aber da die ISS im Verhältnis zum Erdradius der Erde mit 7% nicht wirklich weit weg ist, brauchen wir das in unserer Überlegung zur Schwerelosigkeit nicht gesondert zu berücksichtigen. Wir waren bei der Waage, die auf der ISS nichts anzeigt und auf der Erde zu viel. Es gibt tatsächlich noch einen Weg, wie du die Anzeige der Waage zu deinen Gunsten beeinflussen kannst. Ab jetzt nur noch in herabbeschleunigten Aufzügen wiegen. Denn wenn wir auf der Erde stehen, spüren wir nicht die Schwerkraft, wir spüren die Gegenkraft, die der Boden auf unsere Füße und auf den Rest des Körpers ausübt. Wenn ich den Boden unter meinen Füßen jetzt wegnehme und frei nach unten falle, kann ich mich, solange ich falle und keine anderen Kräfte auf mich wirken, schwerelos fühlen. Ja, das Gefühl der Schwerelosigkeit ist also an den freien, ungebremsten Fall gebunden. Und den freien Fall, den kann ich in bestimmten Grenzen auf der Erde nachstellen. Einfacher als ein tiefes Loch zu graben, ist es aber ein Turm zu steigen und von dort etwas fallen zu lassen. Kennst du vielleicht vom Rummelplatz oder Vergnügungspark. Und wie nennt man den Vergnügungspark von Wissenschaftlern? Genau, Forschungseinrichtung. Wusstet ihr, dass wir in Deutschland eine Forschungseinrichtung haben, die weltweit die längste Schwerelosigkeit ermöglicht? Ja, das ZARM in Bremen verfügt mit dem 146 Meter hohen Fallturm mit Vakuumröhre und einem Katapult über eine einmalige Forschungseinrichtung, die 9,3 Sekunden Schwerelosigkeit für Experimente ermöglicht. In der nächsten Episode von Senkrechtstarter besuchen wir zusammen das ZARM in Bremen und ich erzähle euch im Detail, wie der Turm funktioniert, warum es dort einen Katapult gibt und was für abgefahrene Experimente dort gemacht werden. Das Prinzip der Schwerelosigkeit in Fallturmen macht man sich übrigens schon seit Jahrhunderten in der Fertigung von Schrotkuhlen zunutze. 1782 patentierte der Engländer William Watts das Freifallbleigießen zur Schrotherstellung. Dabei wurde flüssiges Blei in einer Höhe von etwa 40 Meter durch ein Sieb gegossen. Die sich dann bildenden Bleitropfen befinden sich nach dem Sieb im freien Fall durch den Turm. Im Bezugssystem freifallender Bleitropfen ist dann nicht mehr die Gewichtskraft die bestimmende Kraft, sondern die große Oberflächenspannung des flüssigen Bleis. Da die Oberflächenspannung bestrebt ist, die Oberfläche bei gegebenem Volumen zu minimieren, nimmt das flüssige Blei eine annähernd perfekte Kugel an. Der Fallweg von 40 Metern ist dann lang genug dafür, dass das Blei aushärtet, bevor es in ein Auffanggefäß mit Wasser fällt. Warum hat man den Aufwand betrieben? Irgendjemand ist mal aufgefallen, dass sich mit unregelmäßigen Kugeln nicht so gut gerade ausschießen lässt, wie mit möglichst perfekt runden Kugeln. Das Verfahren funktioniert gut mit Blei, das einen niedrigen Schmelzpunkt hat. Für andere Stoffe oder Legierungen oder Gefügestrukturen, die sich nur über eine längere Zeit einstellen lassen, ist der Herstellungsprozess hingegen nicht geeignet. Die Metallerstellung in der Schwerelosigkeit ist übrigens ein mögliches Anwendungsfeld der industriellen Raumfahrt. So könnten in einer schwerelosen Fabrik Metall- oder Keramikschäume hergestellt werden, deren Schmelze auf der Erde durch die Schwerkraft einfach in sich zusammenfallen würden. In der Schwerelosigkeit hingegen kann ich Gas einblasen und so etwas wie ein Styropor nur aus Stahl herstellen. Damit ergeben sich ganz neue Möglichkeiten für Werkstoffe. Das wäre allein eigentlich schon ein Thema für eine eigene Episode. Wenn euch das mehr interessiert, die industrielle Nutzung des Weltraums, dann schreibt mir gerne unter dem Video. Das war der Fallturm oder die Fallgrube. Ein weiteres berühmtes Beispiel für Schwerelosigkeit ist der Kotzbomber oder vornehm ausgedrückt der Parabelflug. Hier Aufnahmen von Susanna von der Privatinitiative Die Astronautin. Vielen Dank, dass ich euer Videomaterial benutzen darf. Ich finde die Initiative, die die erste deutsche Frau in den Weltraum bringen möchte, große Klasse. Links zur Initiative findest du unter dem Video. Nach 44 Jahren deutscher Raumfahrt und insgesamt 18 Weltraumflügen mit 13 deutschen Männern im All, wird es höchste Zeit, dass auch mal eine deutsche Frau ins All fliegt. Aber zurück zu den Parabelflügen. Ja, bei Parabelflügen wird eine Flugbahn geflogen, die dem freien Wurf eines im luftleeren Raum geworfenen Balls entspricht. Das hatten wir ja eben schon besprochen. Der Luftwiderstand übt auch eine Kraft aus. Ja, diese Kraft, der Luftwiderstand, der würde das Flugzeug abbremsen. Um das auszugleichen, muss der Pilot die Triebwerke so einstellen, dass er den Luftwiderstand gerade kompensiert. Sonst würde das Flugzeug zu sehr abbremsen und ich würde mich im Innern doch auf die vordere Kabinenwand zu bewegen. Da würde ich mich dann nur bedingt schwerelos fühlen. Das heißt, bei so einem Parabelflug beschleunigt das Flugzeug auf einer schrägen Bahn nach oben. Damit man sich dann innen schwerelos fühlt, muss das Flugzeug so gesteuert werden, dass es genau dem schrägen Wurf der Insassen entspricht. Da das Manöver-Flugzeug bedingt nur eine gewisse Zeit geflogen werden kann, so etwa 20-25 Sekunden, wiederholt man das Manöver einfach immer wieder. Habe ich leider noch nicht gemacht, aber üblich sind wohl so 30-60 geflogene Parabeln auf einem Flug. Wenn ich längere Phasen der Schwerelosigkeit am Stück haben möchte, ist die Lösung dorthin zu fliegen, wo es keine Atmosphäre gibt. Und genau das machen Höhenforschungsraketen. Mir war lange nicht klar, für was man die eigentlich braucht. Aber tatsächlich sind sie eine günstige Alternative, um Experimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen, ohne gleich etwas in den Orbit zu schicken. Höhenforschungsraketen fliegen so hoch, dass die Atmosphäre keine signifikante Rolle mehr spielt. Und der höchste Punkt der Freiflugbahn ist so hoch gewählt, dass die Nutzlast minutenlang unter Schwerelosigkeit ist. Das kennen wir auch von den Touristenflügen von Blue Origin oder Virgin Galactics. Long story short, warum ist man jetzt in der Raumstation Schwerelos? Raumstationen und Astronauten, die fallen ja offensichtlich nicht auf die Erde. Sonst wäre es ja eine sehr, sehr kurze Mission. Aber Raumschiffe, Astronauten und alles andere dort oben befindet sich tatsächlich permanent im freien Fall. Das kann man sich gut mit folgendem Gedankenexperiment klar machen. Stell dir vor, du hast eine Kanone auf einem Berg. Das Projektil, was wir verschießen wollen, hat keinen Antrieb. Nach Verlassen der Kanone ist das Projektil also bei seiner maximalen Geschwindigkeit. Wenn wir für dieses Gedankenexperiment jetzt mal die Atmosphäre und den aus ihr resultierenden Luftwiderstand ausschalten, ist das einzige, was auf unser Projektil nach dem Abschuss wirkt, die Schwerkraft. Die Schwerkraft zieht das Projektil nach dem Abschuss in Richtung Erdmittelpunkt. Wenn das Projektil dann den Boden berührt, ist der Flug vorbei und das Projektil in Ruhe. Je schneller das Projektil die Kanone verlässt, umso weiter wird aber das Projektil auf seiner Bahn fliegen. Da unser Modell Himmelskörper eine Kugel ist, kann das Projektil, je schneller es abgefeuert wurde, desto mehr Strecke zurücklegen, bevor es den Boden berührt. Wenn das Projektil nur schnell genug ist, wird es nach einer Umrundung der Erde wieder dort ankommen, wo es losgeflogen ist. Das heißt, das Projektil fällt einmal um die Erde herum. Und genau das ist jetzt die Lösung. Die Astronauten fühlen sich auf einer Orbitalbahn schwerelos, weil nichts ihren freien Fall aufhält. Es gibt also keine Fallgrenze. Und ihr Bezugssystem, die Raumstation, wie das Flugzeug beim Zero-G-Flug, das bewegt sich eben mit. Und das bringt uns zurück zur falschen Antwort A. Würde ich nämlich die Schwerkraft ausschalten, würde sich die Raumstation oder unser Projektil nicht nur auf einer Kreisbahn um die Erde bewegen, sondern einfach gerade in den Weltraum davonfliegen. Ich hoffe, du fliegst nach dieser Folge nicht davon, sondern lässt Senkrechtstarter ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Ganz großes Dankeschön geht an euch alle da draußen in der Senkrechtstarter-Community. Ihr seid große Klasse. Danke an Johanna und Adrian, die das Skriptkorrektur gelesen haben. Besonderer Dank geht wie immer an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon- oder YouTube-Kanal-Mitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ohne euch würde ich das mit dem Kanal nicht machen können. Als kleines Dankeschön für eure Unterstützung bekommt ihr die Videos ja vorab und ohne YouTube-Werbung. Seid stolz drauf. Ihr helft mit, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern. Hashtag Team Space. Bis zum nächsten Mal. Immer schön sehr gerecht bleiben. Euer Mo. eingelMC Dein 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 D